Hallo, mein Name ist Cemil Javasch, ich bin der Liga-Manager von TUS Ostdorf und stelle euch meine Top 3 Spieler vor. Selbstverständlich nehme ich die Spieler aus meinem Verein, aus meiner Mannschaft. Auf Platz 3 ist bei mir Patrick Herbrand, der seit der A-Regio die Stellung in der Abwehr nimmt und jahrelang schon dabei ist. Auf Platz 2 Torben, leider nicht auf 1, Torben Krause auf Platz 2, der wie gesagt sein Leben lang auch schon bei Ostdorf spielt. Und auf Platz 1 unser Käpt'n, unser Leader und der Rückhalt der Mannschaft, Mittelfeldmotor Bennet Krause.